Ich habe jetzt bei Remailings.de zwei Monate getestet und hier ist das Update Video, das sich einige von euch gewünscht haben mit meinen Ergebnissen und Erfahrungen. Ich konnte damit bisher 26 Leads sammeln, 39,82 Euro direkt verdienen mit Upsells und Cross-Upsells, die hinter meinem Freebie gekauft wurden und 10.702 User mit meinen E-Mails erreichen. Ein Lead ist bei mir im Schnitt 5 Euro wert, eher sogar 10 Euro. Wir rechnen aber einfach mal mit 5 Euro und sagen mal mal 25 Leads, dann wären wir schon mal bei 125 Euro, die die wert wären. Plus nochmal hier die knapp 40 Euro, die ich ja direkt mit den Upsells hinter meinem Freebie verdienen konnte, sind wir bei 165 Euro. Und ich habe dann immer bei Remailings die kostenlosen E-Mails verschickt. Einmal habe ich hier die Solo-E-Mail getestet und mir für 25 Euro gekauft, um eine Mail an alle Mitglieder von Viral Mailings zu schicken. Das heißt, wir ziehen die 25 Euro noch ab, dann hätte ich hier schon mal 140 Euro plus gemacht. Weil ja meine Leads in meiner E-Mail-Liste dann immer E-Mails von mir bekommen, wo ich Affiliate-Produkte empfehle und daran dann Affiliate-Provisionen noch verdiene. Ja, dann will ich euch jetzt natürlich noch zeigen, wie ich die E-Mails gemacht habe, die ich hier versendet habe. Ja, das Prinzip von Viral Mailings ist ja ziemlich einfach. Wir können E-Mails mit unserer Werbung an die E-Mail-Liste von Viral Mailings verschicken, also an die Benutzer von Viral Mailings. Ja, ich verlinke euch Viral Mailings auch mal unter dem Video, da könnt ihr euch auch kostenlos anmelden und kostenlos eure E-Mails verschicken. Die erste Frage ist natürlich, was empfiehlt meine Ziele für Produkte? Ich habe hier wie gesagt hauptsächlich mein Freebie verschenkt und eben Leads gesammelt, weil mir das eben am meisten bringt. Das ist für mich am wertvollsten. Ich habe auch getestet, hier ein paar Mails zu senden, wo ich mein 1000 YouTube Abostraining angeboten habe. Hier sind zum Beispiel zwei. Ja, das kostet ja 47 Euro und das hat eben nicht so gut funktioniert, weil die Leute sind hier natürlich auch nicht ganz so warm mit uns wie jetzt in unserer eigenen E-Mail-Liste. Und das wäre auch schon mein Tipp an euch, dass ihr das vor allem nutzt, um auch eure eigene E-Mail-Liste aufzubauen und eure PDF zu verschenken und damit auch Leads zu sammeln, so wie ich. Oder, dass wenn ihr direkt Fehlprodukte hier empfehlen wollt, ihr ja da auch Freebies erstmal empfehlt. Ihr könnt natürlich auch gerne meine 246 Euro am Tag Methode mit dem Befehlt-Link empfehlen und verschenken. Und dann eben an den Upsells dahinter, an den Folgeangeboten, die danach kommen, daran dann mitverdient. Da hat man bessere Chancen meist. Und euch dann von der Affiliate-Support-Seite eben schon hier gut funktionierende E-Mail-Vorlagen holt und die dann noch ein bisschen an euch, an euren Schreibstil vielleicht anpasst. Oder natürlich auch günstige Fehlprodukte, wo die Hürde auch nicht so groß ist, wie zum Beispiel die 10-Tages-Challenge zu deiner ersten Provision, die ja auch von Ralf Schmitz ist, die ja auch erstmal nur 19 Euro kostet, die dann gerne mal mitgenommen wird, wo ihr dann direkt verdienen könnt. Ja, das für mich Wichtigste bei Viral-Mailings, was ich dann hier immer genutzt habe, war der Mailer, wo wir eben alle 7 Tage kostenlos eine E-Mail verschicken können an 2000 Kontakte. Ja, ihr seht es hier, heute kann ich dann gleich nachher auch wieder die nächste versenden, werde ich auch machen. Ja, und sobald man die dann wieder versenden kann, seht ihr ja auch in meinem ersten Video zu Viral-Mailings, sieht es dann hier so aus im Mailer, da können wir dann den Betreff unserer Mail und die E-Mail reinschreiben. Und da habe ich einfach immer nur zwischen drei E-Mails gewechselt, in denen ich meinen Freebie verschenke. Und da habe ich einfach als Vorlage eben, ja, die E-Mails genommen, die mir, die bei mir bisher am besten funktioniert haben, die mir schon die meisten Leads gebracht haben. Das ist einfach so E-Mail-Vorlagen funktionierende genutzt. Ich zeige euch noch kurz, wie die aufgebaut sind. Also hier bei der ersten habe ich einfach im Betreff, ja, erstmal passendes Emoji, damit die E-Mail noch mehr auffällt. Dann natürlich, ja, das genutzt, das was verschenkt wird. Jeder kriegt gern ein Geschenk, das eben hier erwähnt, das verschenkt wird. Und dann eben den Namen des Freebies, in dem Fall meines Freebies hier am Ende noch. Ja, dann geht die E-Mail los mit einem Bild zu einem Freebie, was ja nochmal schön anschaulicher ist und nochmal mehr Aufmerksamkeit bringt. Die Bilder, das finde ich cool, kann man hier sogar in den Mailer von Viral Mailings auch einfügen. Da könnt ihr dann einfach hier das Bild mit rechter Maustaste kopieren und dann einfach in dem E-Mail-Feld hier bei Viral Mailings einfügen. Da wird das Bild mit eingefügt. Ist auch ein Vorteil zu anderen Mailern, wo das nicht geht. Ja, dann hier das Alleinstellungsmerkmal, was sie bekommen. Dann nochmal hier den Rabatt erwähnt natürlich als Vorteil. Und dann hier schon der erste Call-to-Action-Handlungsaufforderung verlinkt mit dem Link dann zur Seite, wo man sich das holen kann. Ja, hier dann nochmal weitere Vorteile und Alleinstellungsmerkmale, auch noch ein bisschen Persönlichkeit mit reingebracht. Dann hier der zweite Call-to-Action wieder verlinkt zur Seite. Dann die Verabschiedung, nochmal kurz Vorteil hier auch hervorgehoben. Zum Schluss noch ein PS, wo ich nochmal ein Argument entkräftet habe, was sich ja viele so denken, wo sie so sagen, ja warum sollte mir der jetzt seine wertvollsten Strategien schenken. So, die zweite Mail, die ich genutzt habe, war dann diese hier. Hier seht ihr es auch. Betrefft natürlich wieder auffällig und vorteilhaft. So, oh es ist was Neues. Passender Emoji, sehr auffällig und dann natürlich ist es geschenkt. Passendes Bild, wieder zum Inhalt. Ja, hier dann kurz gefasst, um nicht so abzuschrecken. Das auch erwähnt hier, dass man gleich zum Punkt kommt. Ja, hier eben wieder die Verbesserung erwähnt und den großen Vorteil. Dann die Klickaufforderung mit dem Vorteil, den man bekommt, verlinkt zu der Seite. Verabschiedung und im PS dann am Ende nochmal, ja, dass es eine ehrliche Empfehlung ist, weil man es eben selbst auch nutzt. Für mehr Vertrauen und mehr Überzeugung. Dann haben wir noch die dritte Mail. Ja, Betrefft wieder ähnlich zur ersten. Kurz Hype aufgebaut. Kurz die Story dazu. Dann der Rabatt erwähnt als Vorteil. Erster Call to Action verlinkt. Ja, weitere Vorteile und Ängste nehmen. Nächster Call to Action. Ja, weitere Zweifel nehmen und Vertrauen aufbauen. Nochmal Call to Action. Immer mit dem Vorteil, dass es kostenfrei ist, verlinkt. Ja, hier dann noch weitere Vorteile und Ziele der Zielgruppe aufgegriffen. Dass es eben auch bewiesen ist, auch auf die Fehler eingegangen, dass man sich die spart. Und dann wieder der letzte Call to Action nochmal zum Abschluss zum kostenlosen Sichern. Ja, wie gesagt, nehmt am besten, fangt am besten echt mit der Vorlage an, die schon gut funktioniert. Passt es ein bisschen an euch an. Testet da ein paar und guckt dann, was am besten funktioniert. Und davon macht man dann mehr. Ja, wenn ihr hier die Mail schreibt im Viral Mailings Mailer, könnt ihr immer den Text markieren. Und dann hier bei diesem Link-Symbol, den dann verlinken, zeige ich auch hier in dem Video. Ansonsten darunter kommt dann noch die URL, also da nochmal euren Link rein. So, und da ist natürlich ganz wichtig, dass ich die Links tracke. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Affiliate-Link euch kopiert und den da einfügen wollt, dann kommt hier hinter dem letzten Slash, hinter eurer ID, noch der Campaign-Key dran. In meinem Fall nutze ich dann eben Viral Mailings. Oder jetzt bei meinem eigenen Freebie, was ich ja darüber verschenkt habe, hänge ich dann einfach ganz normal an meinem Link, an der URL von meiner Seite hinten noch Fragezeichen. So, DS24TR. Und dann ist gleich wieder Viral Mailings. Damit man dann eben in seinen Transaktionen bei Digistore, ja, hier auch den Tracking-Key, wenn man sein eigenes Freebie bei Digistore anbietet, ja, dann hier einfügen kann und dann danach suchen kann. Und dann eben auch sieht, dass die Käufe und halt eben Leads auch wirklich über Viral Mailings kamen. Steht dann hier in der Sparte Tracking-Key oder in der Affiliate-Ansicht, wenn ihr es mit einem Affiliate-Link gemacht habt, geht es dann halt mit dem Campaign-Key. Ja, im letzten Feld, bevor man die Mail versendet, gibt man dann noch seine Punkte ein. Eben maximal 2000, um an bis zu 2000 Mitglieder die E-Mail zu versenden. Ja, die Punkte seht ihr immer hier oben rechts bei Punkt, wie viele ihr da gerade habt. Und wenn ihr da gerade nicht mehr genug habt, könnt ihr da jederzeit ja kostenlos neue sammeln. Ihr seht das hier auch bei Mitgliedschaften. Bei der kostenlosen Mitgliedschaft kriegt ihr 10 Punkte pro E-Mail-Klick. Und das heißt ja eben, ihr kriegt ja auch E-Mails von Viral Mailings. Könnt ihr eben in euer Postfach gehen. Bei mir ist es Gmail. Und dann zum Beispiel im Spam-Ordner findet ihr dann hier diese Mails. Könnt da reingehen. Von Viral Mailings könnt ihr auf die Links klicken. Da steht hier unten zum Beispiel auch, klicke hier, um deine Punkte zu erhalten. Da unten seht ihr das klein, wo der Mauszeiger ist. Und somit kriegt ihr dann dafür jeden Klick in der Mail 10 Punkte. Also da hat man dann auch schon nach 10 Klicks schon wieder 100 Punkte zusammen. Und kann da in wenigen Minuten die nächste Mail mit 9 Punkten verschicken. Also ich kann es euch sehr empfehlen, gerade als Anfänger, um da schon mal seine ersten Leads zu sammeln und auch ersten Provisionen zu verdienen. Echt top, vor allem kostenlos. Ja, wie gesagt, ich habe mir bisher nur einmal hier bei Werbung schalten, einmal als Werbung so eine Solo-E-Mail gekauft. 25 Euro. Die kann ich euch auch empfehlen. Da kann man einmal an alle Viral Mailings Mitglieder seine E-Mail verschicken. Mehrere tausend also. Ja, aber testet Viral Mailings erstmal kostenlos aus. Über den Link in der Videobeschreibung könnt ihr euch anmelden. Man kann es, wie gesagt, auch für immer kostenlos nutzen. Und erstmal gucken, wie es bei einem funktioniert. Ein bisschen testen. Ja, und wenn ihr dann euch hier, ja, das Ganze noch ein bisschen boosten wollt. Und da mal zum Beispiel so eine Solo-E-Mail kauft, dann würde ich euch, wenn ihr euch über meinen Link angemeldet habt, auch noch mein 1000 YouTube Abos Training als Bonus dazu schenken. Wenn ihr mit YouTube noch mehr Geld verdienen wollt, ja, kostet normalerweise 47 bis 97 Euro. Schreibt mir dann einfach per Mail oder bei Instagram. Dann schicke ich euch den Zugang kostenlos zu. Und dann könnt ihr das nachmachen, was bei mir am besten funktioniert. Also ich habe gerne noch kostenlos meine 246 Euro am Tag Methode runter über den Link unter dem Video. Da habe ich uns auf dem Punkt dokumentiert, womit ich am meisten Geld verdiene. Ja, damit sollte das auch beantwortet sein. Jetzt kennt ihr schon mal meine ersten Ergebnisse nach den ersten zwei Monaten mit Viral Mailings. Ich werde es auf jeden Fall weitermachen, weil es sich für mich lohnt. Ja, ansonsten noch mehr Infos findet ihr auch im ersten Video dazu. Und ja, ich wünsche euch auch viel Spaß damit und dann bis später. Ciao.